Das ist Slime, also von Rimoro, dem Anime jetzt mittlerweile ein Handyspiel gibt? Ja, spiele ich sogar. Ja? Siehst du auch, dass My Hero Academia spielt? Auch. Deine Blumen in My Hero Academia, die sind ja so richtig zusammengeschweißt. Ich wiederhole mich, vor vier Monaten wieder in My Hero Academia, voll der Schmutz. Welches Deck spielst du? Ja, war doch klar, dass Slime direkt sowas fängt, ne? Wenn er mir jetzt sagt, er spielt Despier, spiele ich gegen ihn nicht, Digga. Was ist, wenn er jetzt schaut, er spielt Exodia? Digga, das kann man ja übel überrennen, aber ich meine so, ey Digga, fängt er mir jetzt mit Despier an, Digga, dann bin ich weg. Keine Meta-Decks, hat er geschrieben. Was bedeutet das? Nein, er will, er will, er will nicht, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Er hat eine Party gestartet sein. Ja, ich spiele nur ein, zwei Wunden, weil ich noch nach Duschen. Ja, ich nicht, ich kann länger auf deinem Cap morgen wieder erste und zweite nicht. Alles entspannt hier. Ich darf so oder so jeden Tag, dass du das reinvielfühlst. Nein, da ist nur die Gefahr. Du hast ihn doch gefragt, welches Deck, welches Deck er spielt. Du bist so doof, ne? Ja. Äh, jetzt hat Daniel sich selbst in der Schlamm, in der Schlamm, in der Schlamm, danke. Wir können einfach so machen, du spielst eine oder zwei Runden gegen den, dann spielen wir, wenn Jonah dann weg ist, Shinobi. Weiter. Was hältst du von der Idee? Ja, dann lad ihn doch in diese Party ein, Alter, da muss ich nicht weg von dir. Oh, Daniel. Für die Aussage war ich das doch gerne. Ich hab aber grad schon richtig verstanden, was du gesagt hast, oder? Ah, und alles im Stream. Wie? Hat der Typ sich auf offline... Ist das so ein Typ, der sich auf offline stellt? Wie wird denn der geschrieben? Wenn ich ungefähr weiß, wo der ist. Ah, R? Ich wollte nur wissen, ob es ein R ist, dann ist er weiter unten. Wieso lebe ich noch? Es hat sich erledigt. Oh, was? Es hat sich erledigt, ich hab ihn getötet. Guten Tag. Jonah. Guten Tag. Jonah, wieso hast du eigentlich keinen Wachenskill drauf? Ja, warte mal. Was? Mach noch mal. Mach noch mal. Get her, get off. With a brand new Lion to Ladder. In the light, get her. In the light, get her. Daniel hat die Gruppe verlassen. Daniel... Daniel, warum hat die Gruppe verloren gegangen? Ja, verloren! Ich hab doch gesagt, ich spielst zwei, drei Matches gegen ihn. Ah, jetzt schon? Ja, ne, später, Jonah. Okay, Jonah. Okay, Jonah. Okay, Jonah. Komm mit. Wir gehen Leute jagen. Ja. Ja. Das ist lieber Böneres. Ich stumm euch so lange, weil ich hör ihn nämlich gar nicht, er ist so leise. Ja, mach das. Was hast denn du gerade gesehen? Missis Jonah. Was haben sie denn da gesehen? Ist das der Baum? Okay. Ist das deiner? Das ist meiner, Jonah. Ja, das guckt, wenn ich Säcke spiele, weil... Äh, Jonah, sag mal aus, bei meinem Baum sind Gegner. Ja. Wieso sind bei meinem Baum Gegner? Sind das du auf deinem Baum? Der Gegner! Die ist fein, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also, ähm... Metadex habe ich alles. Ich hab halt keinen, äh... Wie gesagt, ich spiele normalerweise... Despia. Aber, äh... Oh, hier ist es. Ich hab nicht knackt, ich bin dran hinter dir. Oh, das ist ehlig. Oh, das ist nix neues in Schock, meine Frau. Mann, ohne Bauen ist das nervig, Alter. Ja. Also, Despia, das ist, ähm, da... Also, das Deck beruht darauf, also, du kannst es mit... Ja, das ist halt so kein Fortnite, ne? Du kannst es mit Finstermord spielen, du kannst es aber auch mit, ähm... Kann zu spielen, ist geil, aber übel OP. Also, wird, ähm, jetzt in den neuesten, äh, neuesten Turnieren jedenfalls gespielt. Ähm, wie geht das nochmal hier in dem Spiel? Duell? Ja, mach noch einmal so noch. Nochmal, wenn's geht. Geht alles? Also nochmal. Ja, stimmt. Ja, ich bin froh, der hat schon recht. Das ist extrem nicht in der Situation. 4-6. Ja. 5-5-4. Ja, man, hier im Stream ist, könnte ihr mir ja mal schreiben. Außerdem haben sie meine... Ich hab alles genutzt. Muss ich ja direkt eigentlich zu mir reingejoint werden. Das ist meiner. Oh, ich kann nicht gut machen. Oh, ich kann nicht gut machen. Oh, okay. Das tötet dich deinen Baum. So, er hat wieder ein Gegner. Ich hab keinen Baum. Gut. Und das ist traurig, Jonah. Egal, dann behalte ich das Deck. Ein Deck kann man hier jetzt nicht mehr drin wechseln. Das würde man vorher machen. Du hast mir die Schrotmon geklaut. Och, Jonah, wie viel hast du? Zwei. Was ist davor für eine Zahl? Ach so, ja, stimmt. Du hast nur zwei. Ja. Gucke, jetzt kann ich dir zeigen. Warte, oh, jetzt hab ich sie. Brauch ich nicht. Du brauchst aber noch mehr. Das ist du hast die Vollpump. Dann nimm die hier noch. Vor nur 16. Er heißt 17. Ich bin auch 20. Ich hab aus Gewohnheit gerade ernsthaft wieder irgendwas abgebaut. Selbst... Das sind alles die Interstellte. Ich habe... Warte... Nee, das kann ich nicht mehr spielen. Nee, das kann ich nicht mehr spielen. Nee, das hat er verkauft. I love it. I love it. Ach komm, Junge. Ich bleib bei dem Deck. Wieso? Oha. Jonah, weg da. Jonah, du hast mich getötet. Jonah, er kommt. Oh, heiliger. Oh, heiliger. Oh, heiliger. Oh, heiliger. Oh, heiliger. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ei, 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 ei. Das war wirklich ne Horrorveranstaltung, Jonah. Deine Mutter möchte etwas, Jonah. Ah, nervt mich nicht. Ich geh auf zur Party, ne? Als hättest du gewusst, ich hasste es als erstes anzufangen. Ich komm morgen wieder on. Hm. Mach mit. Ich bin Wahab. Da hab ich est bị chief zuhole, Da haben uns��ent dich. bei den FDP-acci-F plastik zuいて. Vielen Dank.